Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Wenn man hingegen voll drauf ist, ist das für einen Augenblick unendlich schön. Aber tanzen klingt schöner. Tanzen und irgendwann wieder was nehmen. Dieses irre Gefühl, als würde es dem ganzen Körper umsonst Zuckerwatte geben. Dann beginnt das Leben für einen Augenblick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017